So, Moin liebe Leute herzlich willkommen zum neuen Video. Da hinten seht ihr so ein paar verrückte Biker, ne? So mal nebenbei angemerkt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Fehmarn, einfach mal eine schöne Mopedtour machen, da hinten so ein paar Bekloppte, die mit dabei sind, ja, ansonsten viel Spaß beim Video, genießt es, habt viel Spaß, habt Freude. Ja, man sieht sie, man hört sie, wir haben Spaß an der Sache, besser kann das auch gar nicht sein. Ein schönes, idyllisches Stückchen Land hier, da ist Pippi auf dem Hobel, der alte YouTuber, Jogi ist mit dabei, ja, lustige Gruppe, die Spaß hat. Käpt'n Heiko ist da, Moni ist da, die anderen verrückten Angela, Pippi, Jogi. Das geht den Scheißdreck an, der harte Kern. Der harte Kern. Schlägerei gibts ja auch gleich ganz umsonst. Und alle haben die Spaß. Das geht nicht, da hab ich hier noch Zeug. Das geht nicht. Ich hab ihn, weil ich hier noch Zeit... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.